Ihr habt schon wieder zu viele Spinnen in der Wohnung? Dann haben wir heute ein paar Tipps für euch, was ihr dagegen tun könnt, um Spinnen den Weg in die Wohnung zu verwehren. Im Einzelnen klären wir, warum sie in die Wohnung kommen, wie man das vorbeugen kann und wie man sie auch wieder los wird. Wie ihr vielleicht schon im letzten 5 Fakten über Spinnen-Video gelernt habt, sind Spinnen, zumindest in Deutschland, nicht gefährlich für den Menschen. Zwar wollen lautstarke Online-Medien und andere Kanäle uns von einer Plage der Hauswinkelspinne überzeugen, aber die große Invasion bleibt dann doch irgendwie aus. Die Hauswinkelspinne kann schon unangenehm groß werden und auch beißen kann sie, aber mehr als ein bisschen jucken, werdet ihr selbst dann nicht verspüren. Also erstmal keine Panik. Spinnen sind eigentlich ganz nützliche Tiere, denn sie vertilgen Fliegen und Mücken und fangen diese mit ihren einzigartigen Netzen. Sollten es aber zu viele Spinnen werden und ja, für viele ist selbst eine Spinne schon viel zu viel, dann gibt es natürlich Sachen, die ihr dagegen tun könnt. Erstmal, wie könnt ihr Spinnen allgemein fernhalten? Anders als Fliegen und Mücken besuchen Spinnen euch gerne im Herbst in der Wohnung. Sie suchen Wärme und kommen daher in eure Wohnung, sobald es draußen kalt wird. Es liegt also auf der Hand, warum Fliegengitter auch im Herbst an den Fenstern sinnvoll wären. Staub und Dunkelheit dagegen ziehen Spinnen magisch an. Sie mögen es an ruhigen Ecken in deiner Wohnung, wo sie ungestörten Netze spinnen können. Wenn du diese immer wieder entfernst und auch deine Wohnung allgemein sauber und möglichst staubfrei hältst, sollten die Spinnen bald selber wieder verschwinden. Barrieren bauen könnt ihr natürlich auch. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Duftkerze? Die Düfte mögen die Spinnen eher weniger und bleiben daher wohlriechenden Gegenden skeptisch gegenüber. Dieses Prinzip macht sich auch das Spinnenex von Green Hero zunutze. Mit ätherischen Ölen und einer speziellen Duftmischung könnt ihr es überall hinsprühen, wo ihr Spinnen vermutet, bzw. wo ihr vermutet, dass sie ins Haus kommen. Also zum Beispiel am Balkon, an den Türen, an den Fenstern und so weiter. Der Vorteil zu Duftkerzen ist natürlich, dass ihr das Spray auch außen verwenden könnt. Es hält den Geruch für knapp vier Wochen aufrecht, wobei es bei Sturm, starken Regen und so weiter natürlich schon früher an die Wirkung verlieren kann. Daher, je nach Umgebung und Witterung, die Barriere erneuern. Ihr habt die Spinnen schon im Haus? Das ist natürlich auch kein großes Problem mehr. Denn es gibt einige Methoden, die Spinnen wieder auszusetzen. Zum Beispiel könnt ihr euch der Spinne langsam nähern, sie mit einem Finger anstupsen und mit der anderen Hand die Spinne auffangen und nach draußen tragen. Das könntet ihr aber wohl nur machen, wenn ihr keine Angst vor Spinnen habt und auch vor allem keine Phobie. Also 35% aller fallen in diesem Punkt schon raus. Natürlich könnt ihr es auch mit einem Glas und einem Stück Papier versuchen. In vielen Fällen klappt das sogar ganz gut. Leider verlieren viele Spinnen durch solche Methoden auch ein Bein und töten muss man sie echt nicht. Denn wie gesagt, Spinnen können auch echt ganz nützlich sein. Einfacher geht es natürlich mit einem Spinnen-Fanggerät, wie zum Beispiel Snappy, welches auch bei uns im Shop verfügbar ist. Denn dieses humane Tool ermöglicht eine Fangweise, bei der das Tier keinen Schaden nimmt und das auch praktisch aus einer sicheren Entfernung. Wenn ihr aber keine Skrupel habt, könnt ihr Spinnen auch aufsaugen. Wie schon in unserem Faktenvideo geklärt, überleben Spinnen das in der Regel nicht. In ganz seltenen Einzelfällen kann es aber auch dazu kommen, dass die Spinne es überlebt. Aber schön ist es für die Spinne so oder so nicht. Wir hoffen, ihr konntet diesmal auch wieder das ein oder andere mitnehmen und freuen uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben oder sogar über ein Abo von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.